Ich bin stolz ein Teil von HOMAG zu sein, weil HOMAG Weltmarktführer in seiner Branche ist und für jeden Kunden die passende Lösung hat. Mein Name ist Selina Fitscharek, ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildungsindustriekauffrau bei der Firma HOMAG in Schopflo. Industriekaufleute sind in nahezu allen Branchen und Betriebsbereichen eingesetzt. Dazu gehört beispielsweise die Personalverwaltung, das Marketing, das Rechnungswesen oder auch einfach die Kundenbetreuung. Ich würde sagen, dass die Industriekaufleute so zu den Allroundern gehören. Zum einen stärken zähle ich eine schnelle Auffassungsgabe, organisiertes Arbeiten und eine gute Kommunikationsfähigkeit. Es ist auch super wichtig, um an Problemen und Lösungen zu arbeiten und dabei auch stetig im Austausch beispielsweise mit Kollegen zu stehen. An HOMAG fasziniert mich die Vielseitigkeit und die Abwechslung. Auch wenn die Aufgaben mal gleich sind, ist kein Tag wie der andere. Sie haben mich motiviert, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, zu wissen, dass meine Arbeit zu einem großen Teil beiträgt, meine Arbeit auch geschätzt wird und dass Kollegen und Mitauszubildenden über die Zeit sogar zu Freuden geworden sind. Ich fand die HOMAG als großes globales Unternehmen schon immer super spannend. Außerdem zählt die HOMAG hier in der Begebung zu den Top-Ausbildern. Wir bei HOMAG haben während unserer Ausbildung die Möglichkeit, einer unserer Auslandsstandorte zu besuchen und tatkräftig zu unterstützen. Außerdem haben wir ein hohes Maß an Flexibilität, dadurch, dass wir auch im Gleitzeitmodell arbeiten können. Your Solution bedeutet für mich, dass wir individuell auf jeden Kunden und dessen Wünsche eingehen und ich kann dazu meinen Teil beitragen. Ich kann HOMAG als Ausbildungsunternehmen weiterempfehlen, da mir eine fachlich sehr gute und kompetente Ausbildung geboten wird und ich mit meinen Kollegen und Mitauszubildenden auf einer Augenhöhe stehe und bereits jetzt schon in viel Eigenverantwortung arbeiten darf.